Ich befinde mich gerade mitten auf einem Gletscher und da gehen wir jetzt hoch. Der Tourguide sagte uns, dass wir dort etwas sehen werden, was wir vorher noch nie gesehen haben. Das einzige, was wir dabei hatten, war eine Fortnite-Pickaxe, Spikes unter den Schuhen und ein Helm. Auf dem Weg hoch mussten wir einige Hindernisse überwinden, wie zum Beispiel diese Eiswand. Jederzeit mussten wir auf unsere Schritte achten, dass wir nicht in solche Eisspalten fallen. Ein paar Touristen nahmen das nicht so ernst und tranken aus einer Spalte. Nach noch mehr Eiswänden waren wir endlich da. Und der Tourguide hatte recht. So eine Traumkombination aus Gletscher und Sonnenuntergang hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen.